Herzlichen Dank, dass Sie sich für den Kauf unseres Schlauchwagens entschieden haben. Wir sind überzeugt, dass Ihnen der Alba Granit viele Jahre Freude bereiten wird. In diesem Video werden wir Ihnen zeigen, wie Sie den Schlauchwagen schnell, sicher und problemlos zusammenbauen. Alle erforderlichen Werkzeuge und Schrauben sind bereits im Lieferumfang enthalten und vormontiert an der richtigen Stelle. Wir empfehlen, die unteren Schrauben des Haltebügels erst am Schluss festzuziehen, um die Montage zu erleichtern. Folgen Sie einfach den Schritten in diesem Video und Sie werden den Schlauchwagen Granit in kürzester Zeit montiert haben. Schritt 1. Entfernen Sie die zwei oberen Schrauben auf beiden Seiten und legen Sie sie an einem sicheren Ort ab. Schritt 2. Legen Sie den Haltebügel zwischen die Konsolen, achten Sie auf die Ausrichtung und schrauben Sie die vier Schrauben wieder an. Schritt 3. Ziehen Sie anschließend alle acht Schrauben fest, aber achten Sie darauf, dass Sie sie nicht zu fest anziehen, da dies die Stahlbleche beschädigen kann. Schritt 4. Entfernen Sie die Schraube von der Kurbel, richten Sie die Gewindebohrung der Kurbel mit der Bohrung an der Achse aus und ziehen Sie die Schraube fest. Das war's schon. Mit diesen einfachen Schritten haben Sie den Alba Granit erfolgreich montiert. Noch ein Tipp, befestigen Sie Ihren Schlauch mit dem beiliegenden Kabelbinder, zur Zugentlastung und um ein Knicken zu vermeiden. Wenn Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Viel Spaß mit dem Alba Granit!